Hey, ich bin Holger Nils-Pohl und ich wollte euch heute gerne einmal einen kurzen Einblick in mein neues Kinderbuch zum Thema Autismus geben. Das Buch heißt Falscher Planet und ich würde einfach mal durchblättern, was das Konzept des Buches ist und wollte euch einfach ein bisschen zeigen, weil ich so begeistert bin jetzt, wo es raus ist. Also lasst uns doch einfach mal gucken, wie es aussieht. Also das hier ist das Buch. Ich bin total begeistert und der Neufeld Verlag hat hier großartige Arbeit geleistet, das Buch so schön auch hinzukriegen, wie es jetzt hier aussieht. Und ja, ihr wisst, das ist aus meiner eigenen Erfahrung als spätdiagnostizierter Autist und Vater von zwei autistischen Kindern entstanden. Und ich wollte einfach gerne ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie es so ist für Autisten speziell auf dem Spektrum, was wir immer noch Asperger-Autisten oder hochfunktionaler Autismus nennen. Und ja, dieses Buch habe ich geschrieben und in Reimen und wir erleben die Geschichte von einem Alien, was ein Shapeshifter ist und sich in alle möglichen Gestalten verwandeln kann. Und dieses Alien wird dann über die Zeit irgendwann auf der Erde landen und sich in verschiedene Tiere verwandeln. Aber es passt halt nie so richtig rein und so erzählt diese Geschichte über mehrere Seiten immer wieder zusammen Stöße oder Kennenlernen mit anderen Tieren. Ja, und zu guter Letzt trifft es dann das Schnabeltier, wobei es dann merkt, dass das Schnabeltier eben auch ganz anders ist als die anderen Tiere. Nach der Geschichte, wenn die Geschichte endet, hier, gibt es dann noch einen Teil mit Erklärung, wo ich gedacht habe, vielleicht für jede Phase, im Prinzip jede Szene, die wir im Buch sehen, nochmal kurz erläutert, Was ist jetzt das Spezifische für Autismus? Für alle, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht ganz auseinandergesetzt haben oder vielleicht ihren Kindern ein bisschen mehr erklären wollen oder ihren Schülern, ist das dann gedacht sehr kurz und knackig und einfach formuliert, nur diese sechs Seiten. Genau, und dann noch ein bisschen was zum Mitmachen, zur Ermunterung, dass alle wirklich einzigartig und besonders sind. Genau, und was natürlich nicht fehlen darf, wir als Erschaffer, Benjamin und mein Illustrator mit diesen wunderschönen Zeichnungen und ich habe Text und Layout gemacht. Genau, und damit ist das Buch dann auch schon am Ende und ja, ich hoffe, es würde euch Spaß machen zu lesen. Es gibt es jetzt in allen Buchläden überall zu bekommen, als auch bei mir direkt, wenn ihr eine signierte Version haben wollt, dann kommt einfach auf mein Store auf holgernilspol.com slash Autismus. Da kommt ihr dahin. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Buch anguckt.